Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal DEMON. Bald ist Halloween, also habe ich mir gedacht, dass ich mal wieder ein paar horrorbezogene Sachen mache. Und weil es sich so oft gewünscht wurde, habe ich mir jetzt nochmal alle Freddy-Filme angeschaut und präsentiere euch heute meine Top 5 der besten Freddy-Filme. Los geht's mit... Platz 5 Als ich das Nightmare on Amstreet Remake das erste Mal sah, habe ich den Film als schlecht wahrgenommen. Nun, da ich nochmal alle Filme relativ schnell hintereinander gesehen habe, hat sich das aber geändert. Ja, der Film hat viele Kritikpunkte, aber für mich hat er auch einiges richtig gemacht. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Der Film sieht einfach nur super aus. Das Design von Freddy gefällt mir zwar nicht so und die Träume und Tode sind nicht mehr ganz so abstrakt wie früher, aber dafür sieht einfach alles gestochen scharf aus. Die Übergänge in die Träume sind beinahe perfekt. Es gibt Shots, die so gut ineinander übergehen, dass ich wirklich gestaunt habe. Jemand wie Freddy, der seine Opfer in Träumen tötet, ist wie für das CGI-Zeitalter geschaffen, was hier auch einfach immer gut aussieht. Dann wäre da noch die Hintergrundgeschichte zu Freddy und den Kindern, die einfach viel mehr Sinn macht als im Original. Im Original träumen die Kinder plötzlich von jemandem, von dem man nicht weiß, was genau sie mit ihm zu tun hatten. Im Remake kannten die Kinder Freddy, wodurch es auch Sinn macht, Albträume von ihm zu haben. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass wie im Original bei Tina der Fokus des Films anfangs auf Chris lag und Nancy eher eine Nebenrolle gespielt hat, wodurch ich nicht gleich damit gerechnet hatte, dass Chris so früh stirbt. Wenn man ein bisschen über die Fehler des Films hinweg sieht, verbirgt sich dahinter eigentlich eine halbwegs schöne, moderne Version des Horrorklassikers, in der auch genug Parallelen zum Original gezogen werden. Das reicht bei mir für Platz 5. Platz 4 Nachdem Wes Cravens Nightmare on Elm Street schon 5 Nachfolger von unterschiedlichen Regisseuren und Drehbuchautoren bekam und Freddy in Teil 6 starb, hat sich der Schöpfer persönlich an einen 7. Teil gesetzt, der sehr aus der Reihe tanzt und dadurch richtig interessant ist. Teil 1 bis 6 hingen noch zusammen und behandelten den gleichen Freddy. Doch die Situation in Teil 7 sieht so aus, dass Freddy eine Filmreihe ist und die Schauspieler des ersten Films es mit einem echten Freddy zu tun bekommen. Allen voran ist dabei Heather Langenkamp, die in Teil 1 und 3 die Rolle der Nancy innehatte. Was den Film für mich interessant machte, war zum einen dieses ungewohnte Szenario und zum anderen, dass der Film so gedreht ist, dass man am Ende nicht sicher sagen kann, ob nun tatsächlich ein echter Freddy kam und alle umgebracht hat oder ob Heather sich das nur einbildet, da auch gesagt wird, dass psychische Probleme in ihrer Familie durchaus vorkommen. Freddy selbst kommt in dem Film gar nicht so oft vor und genau das wirft die Frage auf, ob er überhaupt existiert. Wäre das Finale des Films nicht so langweilig und wirr, hätte es vielleicht sogar zu mehr als nur dem vierten Platz gereicht. Platz 3 Nachdem Teil 2 von Nightmare on M Street ein totaler Reinfall war, der sogar zum schwulsten Horrorfilm gekürt wurde, kam mit Teil 3 endlich ein richtiges Sequel, das von Wes Craven so geschrieben wurde, dass Teil 2 nicht berücksichtigt wird und man ihn getrost ignorieren kann. Also ähnlich wie es mit Halloween Age 20 war, nur halt nicht erst beim siebten Teil. Nightmare 3 hat einige Neuerungen gebracht, die sinnvoll sind und auch Spaß machen. So sind die Opfer hier nicht mehr ganz so hilflos wie im ersten Film und haben individuelle Fähigkeiten, die sie in ihren Träumen einsetzen können. Ich bin der Riesen Master. Das bringt ihnen zwar nicht viel, weil sie meistens trotzdem drauf gehen, aber ist doch ganz schön anzusehen. Außerdem bekommt Freddy in Teil 3 eines seiner Hauptmerkmale, den schwarzen Humor, der ihn zum Beispiel dazu verleitet, eine junge Frau, die davon träumt, ins Fernsehen zu kommen, in einen Fernseher zu ziehen und dadurch zu töten. Um noch etwas Gutes zum dritten Nightmare on Elm Street Film aufzuzählen, die Geschichte von Freddy wird hier endlich etwas besser ausgeleuchtet. Wir erfahren, dass er der Sohn einer Nonne ist, die von 1000 Geisteskranken vergewaltigt wurde, was so einiges erklärt. Platz 2 Welcome to my world, bitch. Freddy vs. Jason ist ein Film, den ich einfach genial finde und ich verstehe bis heute nicht, warum kein zweiter Teil gemacht wurde. Immerhin hat der Film mehr eingespielt als jeder Freddy und jeder Jason Film und normalerweise wird die Geld-Crew doch besonders bei Horror-Franchises bis zum Gehtnichtmehr gemolken. Naja, zum Film. Die alten Freddy-Filme boten abstrakte Tode und Welten, die aber leider nie so gut aussahen, wie sie es hätten tun können, da die Technik zu der Zeit einfach noch nicht ausgereift war. Und der Freddy aus dem Remake gefällt mir einfach nicht so gut wie Robert Englands Version. Doch dafür gibt es ja Freddy vs. Jason. Robert England als richtig guter Freddy und Special Effects, die, naja, nicht so gut wie im Remake sind, aber doch besser als alles, was davor kam. Freddy sieht hier also zum ersten Mal richtig gut aus und bekommt einen Kontrahenten, der eine wirkliche Herausforderung für ihn ist. Der Film, der an eine Horror-Variante von David gegen Goliath erinnert, schafft es, die beiden Geschichten der Mörder sinnvoll zu verknüpfen und beiden gerecht zu werden, weshalb ich den Film jedem ans Herz legen kann, der sich für die beiden interessiert. Wenn es hier danach ginge, welcher Film allgemein am besten ist, hätte ich Freddy vs. Jason sogar auf Platz 1 gepackt, aber es geht hier ja um die besten Freddy-Filme und man muss leider sagen, dass Freddy in diesem Film etwas zu kurz kommt. Gerade mal einen Kill bekommt er im ganzen Streifen, weshalb er hier nur Platz 2 bekommt. Platz 1 Als 1984 der erste Nightmare on M Street Film in die Kinos kam, war das nicht nur der Start einer der inzwischen größten Horrorfilmreihen, sondern auch der Start von Johnny Depp's Filmkarriere. Zwischen Horrorfilmen, die zwar auch düster waren und übermächtige Kontrahentenboten wie Michael Myers oder Jason Voorhees, brachte Freddy etwas Neues. Er tötet in Träumen. Er ist nicht greifbar. Die Eltern kennen ihn, da sie ihn getötet haben, glauben ihren Kindern, die in Gefahr schweben, aber nicht, da sie ja wissen, dass er tot ist und sie ihn nicht sehen können. Dadurch sind die Opfer von Freddy wohl hilfloser als die Opfer anderer Horrorgrößen. Außerdem ist Freddy ein Mörder, der seine Gegner gerne schockt, sie ekelt, mit ihnen spricht und mit ihrer Psyche spielt, bevor er sie tötet, was ihn noch viel böser macht als viele andere. Dadurch, dass der Film sich so von anderen Horrorfilmen unterscheidet, ist er auch bei heutiger Sichtung noch interessant. Auch wenn die Effekte nicht unbedingt gut gealtert sind. Der Film bietet viele abgefahrene Todesszenen, die damals etwas ganz Neues waren und teilweise in anderen Filmen aufgegriffen wurden. Wer Freddy noch nicht kennt, kann sich diesen Klassiker also auch heute noch anschauen und könnte positiv überrascht werden. Ich bin verrückt. So, das war auch schon meine Top 5 der besten Freddy-Filme. Wie sieht's bei euch aus? Stimmt ihr mir zu oder sieht sie bei euch ganz anders aus? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Vergesst außerdem nicht, das Video zu bewerten, falls es euch gefallen hat und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.